Vergrößern, verkleinern Kasim Nuhu wurde mit den Young Boys Bern Schweizer Meister Urheberrecht der T-Images Borussia Dortmund und Schalke 04 buhlen um einen Schweizer Meister. Doch die besten Karten beim Abwehrjuwel hat ein anderer Bundesliga-Klub. Kasim Nuhu von den Young Boys Bern wird von der halben Bundesliga gejagt. Nach Sport1-Informationen wollen Borussia Dortmund, die TSG Hoffenheim und auch Schalke 04 den 22 Jahre alten ghanaischen Innenverteidiger verpflichten, der als großes Abwehrjuwel gilt. Als Stammspieler, 32 Einsätze, zwei Tore, wurde Nuhu in der letzten Saison unter dem neuen Frankfurt-Trainer Adi Hütter Meister in der Schweiz und kam auch schon in der ghanaischen Nationalmannschaft zum Einsatz. 6,3 Die Nase vorn sollen derzeit die Kraichgauer haben, Nuhu ist nach Sport1-Informationen ein großer Fan von Trainer Senkrecht Starter Julian Nagelsmann, nun soll es nur noch um die Ablöse gehen. Nuhu wechselte erst Anfang der letzten Saison aus Mallorca zu den Schweizern und hat dort noch einen Vertrag bis 2021. Untertitelung des ZDF für funk, 2017